HAAA! Ohohoho! Habt ihr es gesehen? Das war so knapp. Ohoho! Habt ihr es gesehen? Das war so knapp. Aua! Magge! Ihr sheetet euch nicht die Dinger extra, oder? Ihr sheetet! Die können niemals so viele haben. Oh, ich glaub die haben sich selbst gekillt gerade. Super. Kommt ihr? Näh, let's go! Komm! ist er tot? ja, er lebt noch gleich mal auf muss auch irgendwann mal nachladen klapper halten oh, was habe ich denn da gesprüht? was habe ich denn da gerade... was ist das? Moment T? H? THG was habe ich denn da gerade gesprüht? für ein Graff... Dings da Tee, 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 Tee Tee, los Tee, ich will Tee sehen mach Graffiti Was! Tee Ha? Security Check-point area Oh ja, nein. Sauber. Ich kann Sicherheitsmerkmale spüren. Wow. Och man, die Penner haben Granaten. Sheetet er? Ich mache gleich echt SV-Sheet A1 und dann gebe ich mir Impuls. Dann zeige ich euch mal alle Waffen, die es gibt hier. Ich komme an dem nicht vorbei. Wenn der das macht. Ich schwöre. Ich komme an dem nicht vorbei. Der Sack blockiert mich. Da, er sheetet. Eindeutig. Ich will euch das Spiel zeigen. Ich will nicht in bloße Parts haben hier. Das versuche ich jetzt noch zweimal. Wenn ich ihn dann nicht knacken kann. Dann muss ich sheeten. Ja, ist gut. Du darfst mal aufhören. Und ich will nicht schon an mir. Wenn wir dich bomben, nein haben wir nicht. Ich brauche Leben, ich brauche Leben ey, scheiße, scheiße, Leben, 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 warum bruckels? Leben, 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 ich brauche Leben, Mann, und gebe mir Leben, es habe ich gewährt, wisst schon, wieso habe ich hier kein Leben, warum, warum, noch mal Auflaufmusik. Aha, habe ich das jetzt mit aufgenommen, sauber. Ja, gehen wir hier links, der Yard Manager, der Yard, der Manager entscheidet über die Yards. Ne, wir haben weg, noch mal nie. Ach, Leben. Ach, gar ein halbes Waffendeck hier. Munitionstechnisch geht es uns jetzt sehr gut, allerdings haben wir ein Problem in der Konstruktionsbeschreibung des Lebens. Wir wissen nicht, wie Leben aussieht. Ich schreibe dann, wir sind fast nahe am Tod des Lebens. Genau. Ach, scheiße, Security Checkpoint. Area 9. Quick Save. So. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, da ist er, da ist er. Wie unfair ist das denn? Nein, bitte. Ich bin der Host. Ich bin der Host. Quiet over. Let's go! Au. Eine... Hallo. Eine, eine, eine reicht. Scheiße, ich muss aufhören, ne? Ja. Nö. Nö, Cliffhanger. Nö, das mache ich jetzt nicht. Einmal. Wieso habe ich jetzt einen Schuss verbraucht? Naja, egal. Das mache ich jetzt mal so und so. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Let's play Half-Life Opposing Force. Quatsch, das haben wir durch. Let's play Half-Life Blue Shift auf Schwierigkeitskreis. Wir sind Dany Calhoun und in blau. Und genau, wir haben 1000 gegen Overskill gehabt. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal.